Einen schönen guten Tag liebe Xenomorphs. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Da piept es wieder. Wir sind immer noch auf der Servastopol-Station und müssen weiter um Hilfe zu suchen. Schauen wir uns erst mal ein bisschen um, die wir finden werden. Es gibt auch eine Karte, wenn man auf Tab drückt. Finden Sie einen Aufzug zu Saxon-Community. The weapons allowed. Ich habe ja keine Waffen. Ich kann einfach hier durchgehen. Hier verschlossen. Wollen wir vielleicht eine andere Seite, wenn wir hier durchklettern? Da liegt was. In der Mitte. Ich bin hier raus, aber da ist ein Strang an dem Weg. Toll, jetzt bin ich einmal drum herum gegangen. Das hat es mir überhaupt nicht gebracht. Wie gesagt, das ist schon etwas her bei mir. Notfall-Überbrückung. Tür verschlossen. Ist jetzt noch eine andere Tür offen oder was? Da habe ich doch jemanden gehört. War da jemand? Was tut denn das? Bei der Überbrückung. Oh, da ist jemand. Bleib nie zurück! Scheiße! Hey! Leute! Hier drüben! Hier ist jemand! Was hat sie da gemacht? Oh! Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Hä? Oh, da kommen sie. Okay. Wir werden sie finden und tönen. Was? Nein, tötet sie nicht. Geh lang. Sie war unten. Kann ich hier durch? Wird unzureichend. Schlage zu. Das wollte ich nicht. Was geht denn? Was? Oh! Scheiße! Ahh! Bitter! Ist bevor er mich töte! Oh Gott! Kacke, ich bin am abnüppeln. Ja? Oh. Ja, toll. Ja. Äh, Alien Isolation hat kein, ich will den Spielstand laden. Äh, ich glaube Alien Isolation hat kein Autosave, aber ich weiß es nicht. Ja, ich muss nochmal alles nachspielen. Fantastisch. Cool. Man sieht so Maschinen auf dem Plattformen, ja das, nö, hilft hier alles nix, kein Transitsystem. Lass mich dahin bringen, wo ich hin muss, das heißt, ich muss schon, brauche ich für alles irgendein Schneidwerkzeug, weißt du? So und es ist, ja, es ist irgendein Raum. Ah, hier, guck mal. Er hat Zeugs dabei. Achso, ich war noch auf stumm, sorry. Äh, ich werde es so machen, ich werde nochmal das ganze abkürzen und zwar werde ich, äh, das Gerät mir schnappen und werde dann gleich nochmal zurück einschalten, wenn ich das Gerät habe, ne? Bis gleich. Okay Leute, versuchen wir das ganze nochmal. Wo muss ich lang? Wir werden sie finden und töten. Wir werden sie finden und töten. Nein, töten sie nicht. Hier lang, sie war unten. Hier lang, sie war unten. Lass mich in Ruhe. Hier ist ne Tür. Okay. Okay. Der weg. Kann ich mich verstecken. Ich glaube, sie ist nach unten. Na los. Ich geh da nicht runter. Kommt nicht in Frage. Sie haben keine Hilfe. Was war das? Oh nein, bitte nicht das Alien. Das kann überall rauskommen, ne? Aus der Decke, aus den Lüftungsschächten. Das ist unberechenbar dieses... ...de Xenomorph. Der Gerät ist unzureichend... ...für es zu. ak... was zum einsammeln. Um? Ein Snack? Hat sie ihn gerade getreten. Können wir nochmal speichern. Emergency. Diese Dinger ne. Dieser Nippvogel. Sehr toll. Da, der Volver. Jetzt können wir uns gegen die Menschen wehren. Jetzt haben wir eine Knarre. Sechs Schuss sind dran, glaube ich. Ja, Schuss. Eine Schlüsselkarte haben wir. Perfekt. Noch was hier? Energie. Eine geringe Energie. Ich kann den Rechner nicht nutzen. Schlüsselkarte benutzen. Nice, hat geklappt. So, gucken wir uns erstmal um. Ausweiskarte einsammeln. Wahrscheinlich ist das für irgendwelche Achievements oder so. Gibt es ja auch einige. So, was haben wir da? Findemittel, Revolver, Munition und Schrott. Sieben Schuss. Oh. Da liegt ein Turt, aber den gucke ich mir gleich an. Erstmal zum Unmund looten alles. Bevor wir dann weiter gehen. Was das Spiel gut macht, ist, dass es keine Begrenzung, glaube ich zumindest, gibt, äh, was Ressourcen angeht. Also, dass wir jetzt nicht unbedingt, ähm, würde ich sagen, ein begrenztes Inventar haben. Das glaube ich nicht, aber sicher weiß ich es nicht. Wie er guckt. Ne, ey, komm mal. What? Bauplan. Bauplan für was? Sprenggranate. Hier. Ah, mir fehlt was hier. Sprengkapsel habe ich leider nicht. Natürlich doof, aber ist nicht schlimm. Okay. Da komm ich rein. Wir haben den Bauplan für die Rauchgranate. Sonst noch irgendwelche Pläne? Ich nehme alles. Oh Gott. Der Flugschreiber. Der Flugschreiber. Was? Was? Nein. Verdammt. Okay. Okay. Konzentrier dich. Unbefugter Zugang registriert. Sieg rein. Na super. Die ganze Reise war völlig umsonst. Der was? Oh oh. Oh. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Äh, was, 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 was? Wohin, wohin, wohin? Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Ist ja ein Ausgang. Ist ja irgendwas. Warte, ich hänge fest. Ah. Ah. Der hat uns erreicht. Was mach ich jetzt? Ah. Ah. Okay, das bringt jetzt was. Ah, okay. Ich muss die, ja okay. Leuchtet was. Datenzelle. Ah, jetzt können wir das Ding benutzen. Ja, ja. Ah. Okay. Funktionierender Zugangsgerät. Zugang zu Level 1. Mal schauen, ob das klappt. Okay, mit. Ah, hier. Äh. Äh. Und. Wurde akzeptiert. Nice. Jetzt aber raus hier. Warte mal, hier war doch auch noch eine Tür. Was denn war? Ja. So. Äh. Da. Da. Und da. Schrott. Leere Box. Leere Box. Da. Da. Wollte wohl jemand nichts. Das. Äh. Heraus kommen, was auf der Nostromo passiert ist. Okay, ich speichere nochmal. Ja, ich hab ein ganz mieses Gefühl. Das hilft auch, glaube ich, bald die Passage kommen, wo das Alien das erste Mal auftaucht. Das bekommt ihr eine ganz besondere Cutscene. Ja. Nur noch zu wenig Strom. Ja. Nur noch zu wenig Strom, ne? Ja. die Knarre zu halten. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das. Das Sound. Äh. Ja. Das hier und das hier. Höheren hacken. Ich bin nicht gut. Was haben wir hier? Archive. Die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mail-Systems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt. Aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch für die Leute, die noch hier sind. Die schlechte Nachricht. Wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben, der uns unterscheint, scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. Frank hat ein Vorposten des Fortschritts. Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts von Julia Jones. Rostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rollläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Saxons kostsparende, hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern und das Antiquität der Apollo KI-System unterliegt häufigen Störungen. Wie konnte es soweit kommen? Und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht der Colonial Times habe ich zwei Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Welt, äh im Wetteren in die Tiefe des Weltalls bezahlen müssen. Audio? Ne. Ja. Ist auch leer. Okay. Holy moly. Mittag voll. Oh. Man kann also doch ein volles den Mittag haben. Verstehe. Äh. Was herrscht denn? Eine Rauchgranate vielleicht. Äh. Sensor ist voll. Genau. Fast. Tada. Also es gibt doch einen Cap. Auch wieder was gelernt. Aber besser bin ich vollgepackt mit Ausrüstung statt gar nichts zu haben. Abriegelung deaktivieren. Machen wir gleich. Irgendwas liegt. Ne. Aber sonst kommen wir hier erstmal nicht weiter. Ah, hier ist noch eine Kiste. Voll. Okay, dann wollen wir mal. Oh, scheiße. Besser. Sieht immer noch so gut aus, das Alien. Guck's dir an. Was ein geiles Vieh. Was ein geiles. Oh, das ist war läch. Oh, Mann. Besser. oh scheiße man das ist die begegnung der unheimlichen art lebe entfernen weg damit er hat noch nie versucht was passiert wenn man auf das alien schießt ich denke es macht das einfach nur sauer und dann blutet das ein bisschen ich muss hier raus war doch gar nicht ganz unten hier was ist hier denn noch hier vielleicht noch irgendwas wurde hoß na gut wieder hoch wie geil es hier einfach aussieht wenn man aus dem fenster mal guckt was obwohl hier ja ich fände ein remaster von dem spiel einfach so cool so geil wie gesagt stellt euch das ganze mal vor mit raytracing technologie und dann halt höher aufgelösten texturen das spiel das würde der hammer sein ist halt wieder eine tür zu hacken ok ok was da oh yeah ich bin drin ich bin drin hier war so ich schieße auf das selten die kugeln prallen ab Was ist das? Wo ist es hin? Habe ich irgendwas, um es zu vertreiben? Lenkgranate, Rauchgranate. Lenkgranate könnte ich verwenden. Weil es zu töten funktioniert ja nicht. Leuchtfackel wird das glaube ich nicht interessieren. Lechte Maustaste zum Ziehen und R platzieren. Ist weg. Ich muss hier weg. Okay. Gott. Alter, meine Pumpe ist komplett im Arsch gerade. Die erste Begegnung mit dem Alien, ey. Scheiße, Mann. Gott, was denn viel. Willkommen bei Sixxen Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Hello there. Android. Hallo, mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Sixxen das technische Wettrüsten verliert. Wir werden doch die ganze Zeit beobachtet, wie mir scheint. Okay, gucken wir uns erstmal hier um. Ist verlass, immer verfügbar, immer am Hilfsbereich, immer für Sie da. Unser Systemverwandter weiß, ob es sein kann, es in Ihren Emotionen. Alles zu. Ist noch irgendwas eingezeichnet oder das ist das, was ich gerade aufgehoben habe? Bedeutet das Zeichen da? Bist du noch? Ah, verstecken, halten. Neuverkabelung. Kamerafeed. Der Zugriff. Was habe ich denn gerade auf der Karte gesehen? Ist das zum Verstecken? Damit gemeint? Muss irgendwas hier sein? Irritation. Die Karte. Ah, Karte aktualisiert. Oh boy. Now we're talking. Begeben Sie sich umgehend zu Kommunikations... Umgehend zum Kommunikationszentrum. Alles klar, mach ich schon. Ah, hier, die Tür ist offen. Geil. Was machen wir denn hier noch? Okay. Äh, Items. Gut. Das Leben wandert auf niemanden und man kann sich überwältigt fühlen. Finde nix. Hier bei Siegsen wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Daher werden unsere Kommunikationskaräle von der anderen KI berichtet, die an ihre Anfragen zusammenfasst, sodass ihre wichtige Nachrichten nicht in Äther verloren gehen. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an Ihnen vorbeizieht. Ach ja. Der zieht aber an mir vorbei. Und was jetzt? Die unschnell übernötigt. Hier ist halt gar nichts von Interesse. Okay, ich geb mal ein bisschen Gas. Hallo. Hallo. Davon würde ich abraten. Schlüsselkarte benötigt. Komm ich hier nicht rein. Oh, für alles eine Schlüsselkarte, wie es aussieht. Preise. Na gut. Ah, da muss ich rein. Sind unsere Sündigen des Modells Hiwi sofort erkennbar. Wir verschossen. Ich glaube, ich bewaffne mich mal, falls die Androiden mir dumm kommen. Aber ein Schuss in den Kopf dürfte sie trotzdem töten. Was? Bewegungsmelder. Oh, der klassische Bewegungsmelder. Er wurde modifiziert. Oh, yeah. Damit können wir sehen, wenn das Alien kommt. Der halt, um Bewegungsmelder zu nutzen. Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Ich glaube, bei der Bewegungsmelder, weil der so einen Sound macht, könnte er das Alien aber auch anlocken. Das muss unsere Position verraten. Ich weiß aber nicht, ob das der Fall ist. Aber somit können wir sehen, wo es ist. Super geil. Weil es wird ja nicht nur das Alien drauf angezeigt, sondern auch andere. Menschen, Androiden, alles mögliche. Verkabelung. Schrott ist voll. Kann ich da was tun? Etikett. Granate. Rauchgranate könnte ich erstellen. Leuchtfall. Gehen wir noch eine Rauchgranate. Braucht Sensor. Binde mit. Schrott war voll, oder was? Was ist denn das Schrott? Schrott 100. Das braucht 100 Schrott, um es herzustellen. Okay. Türüberbrückung. Gut, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir herausfinden, was hier los ist. Schief. Fehler. Unzulässiger Suchvorgang. Unser Manifest. Zuerst erschienen in Auge auf Saxon. Wir wollen Ihnen keine neue Welt zeigen. Wir wollen sie mit Ihnen entdecken. Hier bei Saxon soll jede neue Technologie, jedes Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung, Anwendung im Alltag finden, um Ihnen zu dienen. Wir hoffen, Sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Morgen gemeinsam. Saxons Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg zuerst erschienen in Auge auf Saxon. Unser Ursprung im All 2034 änderte alles. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete Saxon, kaum als Sieg und Sohn, den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und unter der späten Führung des Gründers Josiah Sieg war unsere Firma bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Sohn baute die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiteten. Wayne Corp teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josiah Sieg parat zu spekulieren, innovieren und produzieren. Ohne Sieg und Sohn, Sohn, ohne Sieg und Sohn, seht der Himmel heute wahrlich anders aus. Bitte um Verständnis. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Sixen Communications. Ich hab dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Ich werde doch irgendeinen Sound zum Speichern, oder? Hey, irgendwo muss ein Speicherpunkt sein. Und wie gerufen denn? Ich würde gerne speichern und die Folge beenden. Hier, hervorragend. Was? Nice. Alright. Aber ich würde sagen, wir sind hier erstmal am Ende dieser Folge. Mal sehen, ob wir die nächste Begegnung mit dem Alien überleben werden, wenn wir es nochmal sehen sollten. Ich hoffe natürlich nicht, aber... Ah, wer weiß. Er ist auf jeden Fall aufgetaucht, der Xenomorph, und auf der Suche nach neuen Opfern. Damit wir keine Sane Opfer werden, gebt diesem Video doch gerne ein Däumchen nach oben. Kommentiert fleißig, teilt dieses Video, macht was ihr wollt damit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet in der nächsten Episode von Alien Isolation. Vergesst auch nicht, den Discord abzuchecken. Und ich bin auch übrigens auf YouTube live. Montag, Mittwoch und Freitag einfach mal kurz erwähnt. Und ja, falls ihr mögt, seid ihr am Start. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017